Wie bekomme ich präzisere Suchergebnisse? Wenn Sie in unserem TEB-Portal zum Beispiel nach den Begriffen Risiko, Genmanipulation und Pflanzen suchen, dann können Sie die gefundenen Treffer durch verschiedene Suchfilter auf der linken Seite des Bildschirms inhaltlich oder formal präzisieren und weiter einschränken. Haben Sie beispielsweise den Wunsch, nur Bücher über einen bestimmten Zeitraum angezeigt zu bekommen? Markieren Sie unter dem Suchfeld Erscheinungsjahr einfach den gewünschten Zeitraum, indem Sie mit der linken Maustaste über das Zeitdiagrammfeld ziehen und setzen Sie ein Häkchen bei Medientyp Buch. Weiter differenzieren und verkleinern können Sie die Treffermenge unter anderem durch den Filterformat, zum Beispiel also Print, wenn Sie nur gedruckte Bücher bevorzugen. Möchten Sie die Literatur selbst am Regal der TEB Technik Naturwissenschaften einsehen, klicken Sie unter TEB Leseseilbestand auf den Filter Technik Naturwissenschaften. Möchten Sie das ursprüngliche Suchergebnis erneut, aber nach anderen Kriterien einschränken, dann können Sie die bereits benutzten Filter über den Link Auswahl aufheben löschen. Möchten Sie stattdessen nach elektronischen Büchern suchen, nutzen Sie erneut den Filter Medientyp Buch und wählen dann als Format Elektronische Ressource statt Print. In einem weiteren Schritt bietet der Filter Lizenz die Möglichkeit, zwischen Medien zu filtern, die frei im Netz verfügbar sind, und solchen, die nur für den Campus Zugriff der Leibniz Universität Hannover lizenziert wurden. Weitere Filtermöglichkeiten bieten sich beispielsweise über die Literatur eines bestimmten Autors, der Zuordnung zu einem bestimmten Fach, oder über die Sprache der gelisteten Literatur an. Hier ist allerdings zu beachten, dass dieses Kriterium bei vielen der gelisteten Datensätze nicht definiert ist. Diese Menge wird als ohne Sprachangabe dargestellt. Sprecher Deine Untertitelung des ZDF, 2020